Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizin und Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn eben! Ich will Fägelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bring mir Fägelein! 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 Fägelein!